Hi, da ist der Andi. Ich habe das Rennen abgebrochen. Ich bin bis zur Kreisstraße zwischen Ummerstadt und Weitramsdorf auf Höhe Coburg gekommen und habe so gegen 18 Uhr dann das Rennen für mich abgebrochen. Ich bin ja mit Waltraud und Frank die letzten zwei Tage unterwegs gewesen und die zwei sind jetzt weiter. Und ja, ich habe halt leider Termine, Termine und Beruf. Ich kann leider nur zwei Tage mitfahren. Aber es war ein super Tag mit 2000 Höhenmetern und mit vielen, vielen schönen Kilometern, mit fantastischen Blumenwiesen, mit ekelhaften Rampen, die man hochschieben musste. Am Vormittag hat es auch noch ein bisschen mal genieselt, aber der Nachmittag war wieder so sonnig und heiß, dass einem das Salz runtergelaufen ist. Jo, und ansonsten, klar, will ich nächstes Jahr wieder mitfahren. Ich hoffe, dass ich dann mal mehr Zeit dafür habe. Leute, haut rein und zeigt's den anderen. Ciao.